was ist wie nein eine wurstmarke die leberwurst marke die kann man immer zusammen im zimmer mit rosinenbrötchen kaufen wie wir können da doch nicht drin stehen wir hätten einfach gewonnen man leute der mutter nie sein ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem mana ok final counten einfach attacke der finale counten es reicht schluss mit lustig aber jetzt aber wirklich ich muss mich konzentrieren oder let's fucking go let's fucking go man mal 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 wunderschön das was im riot klein steht ist nur ein projekt ein event von rei der hat geht die board wahrscheinlich hier Komm noch mit. Nice one, nice one, nice one. 5-1-Z, arschgelle Nummer. Let's go! Let's go! Okay. Tam Kench ist so ein extrem hässlicher Menschensohn. Es ist wirklich schlimm, was dieser Champ macht. Du bist tot, mein Freund. Okay, ich bin schon mal richtig gut dabei jetzt. Okay. 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 Das war's für heute. Okay, nice. Läuft sehr, sehr gut gerade. An ally has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Damn. Hey? Hey, was? Hey? 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 Hey. 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 Schade man. Egal, unsere Bottling ist stark, unser Jungler ist stark, unser Midlaner ist stark, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe das Gefühl, ich muss Topline kommen. Ich bin jetzt direkt wieder gestorben, what? Wilde. Okay, der Spiel ist gewonnen, jetzt ist es gut. Hm. Hm. Nope, ich mache doch nicht Herald, wenn die Vision auf mir haben. Die machen aber Herald. Hallo, Thrash. Oh. Ei, ei, ei. Wollen wir mal kurz aus dem Busch casten. Ja, ist fein. Der kriegt das Shutdown von mir. Ist, ist great, actually. Es ist perfekt. Okay. So, ich gehe aus der Base, Top Side. Und werde mich Top-to-Bot clearen. Und dann Drake machen. Das ist der Plan soweit. Und Games gewinnen tut gut, man. Aber jetzt müssen wir es auch noch finishen. Oh, meine Borderline ist so ehrenlos einfach. Ja, das ist wirklich, wirklich illegal. Was ist denn, was ist denn jetzt hier los so? Ich gehe doch auch nicht einfach so auf die Lane und nehme irgendwie einfach die ganze, die ganze Wave. Ja. Das ist doch nichts, was ich mache. Warum gehen die einfach in meinen Jungle und nehmen Buff? Ich kann das nicht verstehen. Oh. Okay. Die sind Top Side. Junge, was? Hat er den gerade einfach über die Wand gemacht? Der Aphelios? Hat er gerade einen... Hat er gerade einen ganzen Drachen über die Wand gecleared? Das reicht nicht. Ich trolle sie mit meinen Ults rein, ne? Das ist ja wirklich, wirklich eine Tragödie. Das ist eigentlich auch toll, hier den Nip zu nehmen. Wobei, wir können einfach noch mehr als Nip nehmen. Wir können einfach das Leben nehmen. Loll. Loll. Loll, hinter uns sind Gegner. Ich habe das gedodget, ohne das dodgen zu wollen. Hä, wie ärgerlich muss denn das jetzt sein gerade für die Gegner? Hier passiert ja ein Missplay nach dem anderen. Jetzt getan. Oh, bitte was? Ja, gewonnen, 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 wir haben gewonnen, ja, 17 Minuten, nice, oh, ja, fein, ja, noch zwei Wins, die letzten zwei Wins, wir kommen, 5-5 ist voll in Ordnung.